Panagiotta Petridou meldet sich mit wundervollen Nachrichten bei ihren Fans und erklärt gleichzeitig ihre Instagram-Abwesenheit. Die 42-Jährige ist still und heimlich Mutter geworden. Panagiotta Petridou, 42, ist im Februar Mutter geworden. Das verkündet die Entertainerin mit einer außergewöhnlichen Videobotschaft auf Instagram. Es hat wirklich kaum einer gemerkt, weil ich nur einen kleinen Bauch hatte, so die Biete Rostlaube, suche Traumauto-Moderatorin Panagiotta Petridou, die Schwangerschaft war für mich ein privates Erlebnis. In dem Video zeigt Panagiotta ihren wachsenden Babybauch, der Monat für Monat etwas größer wurde. Während in den ersten Monaten wirklich niemand hätte erahnen können, dass ein kleines Wunder heranwächst, kaschierte die Moderatorin den Bauch in den letzten Monaten durch weite Blusen und Pullover. Weshalb die Geheimniskrämerei Die Schwangerschaft war für mich ein privates Erlebnis, was ich für euch aber nun kurz zusammengefasst habe, erklärt die 42-Jährige. Nun genießt die kleine Familie ihr Glück in vollen Zügen. Sogar ein erstes Bild ihres niedlichen Babys teilt Panagiotta in dem Clip. Wir freuen uns sehr auf den Familienzuwachs und sind gesund und glücklich. Noch gruben wir uns noch in die neue Welt. So Petri Du. Fans dürfen sich auf Details freuen. Obwohl die sympathische Moderatorin ihre Schwangerschaft geheim hielt, müssen Fans dennoch nicht auf süße Details über den Nachwuchs verzichten. Wie die frisch gebackene Mutter verrät, gibt es in ihrem Podcast der Satz des Pythagyros schon bald ein paar Insights aus ihrem neuen Leben als Mama. responses Begrüßbar Vielen Dank.